Begleitung ist Vertrauenssache, um die Würde Verstorbener zu wahren und ihren Hinterbliebenen einen Abschied in einem würdevollen Rahmen zu gewähren. Das ist es, was die Bestattung Graz mit ihrer mehr als 110-jährigen Erfahrung Tag für Tag aufs Neue garantiert. Die Mitarbeiter der Bestattung Graz sind dank bester Schulung sehr einfühlsam und gehen sehr sensibel und seriös auf die Bedürfnisse Hinterbliebener ein. Weil Begleitung Vertrauenssache ist, ist auch die Bestattung Graz im Besitz vom Krematorium, welches zu den modernsten seiner Art in ganz Europa zählt. Auch der angeschlossene Urnenfriedhof gehört zur Bestattung Graz, die dort auch auf alle Bedürfnisse abgestimmte Angebote anbietet. Von der Bestattung in der Natur unter Bäumen oder auf der Wiese bis hin zum Erdgrab oder der Wandnische. Die Bestattung Graz ist bemüht, alle Wünsche zu erfüllen. Gerne übernimmt die Bestattung auch die Bepflanzung und Pflege der Urnengräber und Wandnischen. Die Trauerfeiern können auch in der Feuerhalle Graz stattfinden. Dafür steht ein heller Zeremoniensaal zur Verfügung, aber auch eigene Räumlichkeiten für eine Verabschiedung im sehr persönlichen Rahmen werden bei der Bestattung Graz angeboten. Einfühlsame Begleitung auf dem letzten Weg, Kompetenz, Seriosität und der pietätvolle Umgang mit Menschen sind die Qualitätsmerkmale der Bestattung Graz.